Mhh. Nicole. Ich freu mich so, das ist so cool. Ja, ich weiß grad gar nicht, wie ich das so begreifen soll. Ich möchte noch was sagen. Und jetzt tu ich etwas, womit ich nicht gerechnet habe. You'll never be the same. Ich werde jetzt noch ein Model buchen, das es mir heute sehr schwer gemacht hat. Und wovor ich auch ein bisschen Angst habe, dass das schiefgehen könnte. Du ahnst es wohl. Und du musst mir etwas versprechen. Bitte. Ich weiß nicht, wie viel freie Zeit du hast, aber verbringe sie damit, laufen zu lernen. Die muss üben, 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 üben. Und das Vertrauen, was ich jetzt ihr gebe, das wünsche ich mir jetzt von ihr aufzurücken. beför du wie, dass ich euch это mache?